Hallo und herzlich willkommen hier bei Treibsand Action, bei heimgesuchter Treibsand Action, wie auch immer, ist ja total egal, wir haben hier noch einen Kleinling zu retten, ich bin wieder nicht allein, es ist Terror neben mir, er möchte auch noch was sagen und das lasse ich ihn jetzt auch. Fick dich ins Knie und deine scheiß Monologe geben ist so auf den Sack. Ja und da musst du mich unterbinden, auf jeden Fall versuchen... Unterbinden? Ich muss dich ja schlagen höchstens. Ja dann mach dat, auf jeden Fall probieren wir dat und das Level ist schon anspruchsvoll, kann man sagen. Sooo... Von wegen, wir sind schneller. Wir sind auch ein bisschen ruhiger jetzt, weil das Video ist anspruchsvoll, nein, das Level ist natürlich anspruchsvoll, ganz klar. Danke. Da kann man auch Zeit sparen. Hier! Zack, zack, zack und los geht's. Am besten unten langlaufen, ich glaube das ist sogar auch ein Stück weit schneller. Ah ja, ist ein Stück weit scheißer. Heißer? Ah, 44. Okay, wir verlieren irgendwo extremst viel Zeit. Ja. Okay, nächster Try. Next Try. To the next Try! Eigenwerbung ein bisschen muss sein. So. So. So, okay. Alles klar, alles klar, alles klärchen, wunderbärchen. Nee, voll blöd. Ich probier das jetzt mal an. Toll, da bist du ja schon wieder... Ja, hast ein Problem damit? Können wir das irgendwie umgehen hier? So. 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 Zack, die rosa. Fuck, da habe ich schon wieder den Fehler gemacht. Ja, ich glaube da verlieren wir auch Zeit. Sorry, ich bin ein bisschen schneller unterwegs. Ja, ja. Lol. Ja, das hat mich auch überrascht. Das Teil. Ja, wir haben schon wieder verloren. Aber... 40 Sekunden, das ist... Ey, das ist die Zeit wie beim letzten Mal fast. Nee, aber trotzdem, wofür nehmen wir so viel Zeit? Nee, ich glaube... Eine... Ich glaube, wenn wir... So, dritter Versuch. Wenn du es geschafft hättest, wäre es mal 42 Sekunden gewesen. So, zack, zack. Und weiter geht's. Fuck. Danke. Das kostet auch Zeit. Du gehst einfach weg und klebst! No! Das gibt es nicht! Oh, Mann. Ey, ich habe gedacht, ich bin arme tot, weißt du? Das ist so... Alles klar. Das ist mein Standardspruch anscheinend. Danke. Du hast mir das Teil geklaut. Scheiße. Du hast mir meinen Ring geklaut. Du hast keinen Ring. Doch. Unendern. So, spring! fahrer siehst du 42 sekunden auf jeden fall ja wohl noch probieren ich weiß es nicht und es geht weiter hin zu knaschen ja okay das war jetzt nicht gut ich weiß er ist mehr cool was er der ringe ich bin kein herr der rinnefreak ich kenne nur lord of the wii fuck danke so kommen ja ruhig weiter ich werde drauf gehen verdammt haben wir schon wieder die 40 sekunden verkackt ach wir versuchen noch einmal ein versuch noch ansonsten probieren was das nächste mal bei der nächsten aufnahmesession dann denk dran last fahrrad fahrrad schon wieder drauf gegangen danke danke du hast mir schwirr der teil weggenommen du bist doch ein penner habe ich gar nicht alter da bist du ganz schön schnell wieder da gewesen ja so jetzt wir kriegen das nicht besser hin sogar noch schlechter ja wir gucken wir können wir uns auch sagen wo vernehmen wir zeit eurer meinung nach ja gibt uns mal tipps wir geben jetzt mal das level auf wir machen weiter wir geben nicht auf wir vertagen ja wir vertagen jetzt machen wir sagen was so und wir widmen uns lieber anderen leveln wo wir noch sachen finden müssen hier genau rein haben wir hier schon bei der was ja alles doch war alles okay die medaille um die goldene ja gut wir kümmern uns um die kleinlinge hier fehlt aber noch der ein versteckter und der vorletzte ja wollen wir mal gucken ja ich könnte dir ja weil du sie immer schärfst gibt's hier wieder auf zeit weiß man nicht ist hier oben irgendwas meinst du nicht ich muss jetzt weiter runter ja ich das habe ich glaube ich das letzte mal schon zu einem der fies wieder da ich war erst bei der ok der war schlecht aber ich fand ihn gut moment nach denen haben wir ja schon aber den können theoretischen oder befreien gehunter dass und das sprung hätte genau so und jetzt bist du wieder kommt morphe tu mal was für dein geld alter das war ja so mega knapp moment das war so knapp kommt drauf hoch und her das ist die münze wobei die hatten ich bin gestorben und wenn er nichts mehr zu sein könnten wir eigentlich auch noch mal mitnehmen mystische kraft ist des winzlings hier oben aber glaube ich schon denn der steht da vorne aber wir gucken trotzdem mal er hätte kriegt mal looms 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 hier kann man einfach ein sag nix 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 und runter und runter ruhig runter achso wir hängen uns aneinander fest und runter das war nicht ganz korrekt sollen wir es trotzdem nochmal machen? komm wir werden es schaffen nochmal machen wir nicht den gleichen fehler oder? knarf Loll! Loll! Nochmal machen wir nicht den gleichen Fehler. Aha. Mhm. Okay, alles klar. Warum machst du mich nach? Ich finde das nicht in Ordnung. Loll! Nein, ich mach dich nicht doch mal nach. Komm, hau hin. Danke. So, zack, zack, zack. Jetzt andersrum. So, ja. Okay. Warte mal, die optimale Position. Ich seh das. Du hast das überlebt. Da kommt noch hin. Hui, okay. Dann haben wir den, der bringt uns wieder ein paar Looms. Warum hab ich 77, du hast 88? Weil ich cool bin. Warum sag ich das in dem Ton? Ich weiß es nicht. Weil ich cool bin. Weil du cool bist, sag ich das in dem Ton. Genau. Moment. Da oben ist einer. Aber ich glaub, den haben wir auch schon. Ja, den haben wir auch schon. War zu offensichtlich, weil die anderen... Das ist ein Versteckter. Moment. Ein Versteckter, den wir... Der kann... Ich glaub, die können auch in diesen Dingern drin sein. Kann das sein. Ja, die... in dem, wo im Boden sind? Ja. Ja, ja, da war doch mal letztes einer drin. Nein! Nein! Komm her, ich hab's überlebt. Okay. Klatsche! Aber irgendeinen Versteckten haben wir bestimmt übersehen. Weil... Meistens sind die auch am Anfang auch. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass jetzt noch ein Versteckter kommt. Scheiße, da kommt... Flammen! Ähm... Nein, 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 nein! Das war eine Scheißidee! Blumen sammeln, okay. Und jetzt dann... und go, go, go! Das war Lack. Komm, geh runter, Glowbox. Red Glowbox. Nur original. Mit dem Red Glowbox. Mit dem Red Glowbox. auch fast jeden Tag. Und jetzt... Komm, hau drauf! Nööööööhh, du macht en der für'n Geräusch. Häöööööh, wo macht der denn... wieso? Ähm, was war das jetzt? Ja ja, ich wollte gucken ob da vielleicht was hier wäre. Nein! 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 ich hab bis jetzt noch kein Geheimversteck gesehen ja mach mal weiter hier aktiviert was den Win... wie oft muss ich den Y-Drogan? oft genug anscheinend hier ich helf dir los scheiße ach das war das mit dem Drachen war es hier oben? ja hier oben war einer aber den haben wir schon hallo 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 ok danke wo ist das versteckte Ding? ja wie? da oben vielleicht? ne das ist nicht da oben springen wir mal drauf das war meine Schuld ja ich weiß nein da war er da war noch einer aber wir haben immer noch nicht den versteckten wir laden mal neu hoch ja sequenz neu starten nein doch ja wir sind zu spät für einen echt? ja der war da hinten fuck wollen wir nochmal neu hier sind wir ja schon fast am Ende oder? ja 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 sind wir ah ok wollen wir nochmal neu laden die fist of iron ich hab jetzt gedacht du bringst dich um aber ok jetzt prünkel ich dich um ist ja nicht zu nicht dass es was neues wäre wo ist der versteckte? mann ich habe alles unter die warte ja jetzt bist du schon oben ich kann irgendwo muss da irgendwo muss da sein der versteckte verdammt wuhuu 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 ok geh nach oben ok warte was passiert nicht nichts ja toll nein wir sind spitzen ach das sind spitzen ich dachte das ist eine plattform danke danke bist du ein glück jetzt müssen wir aber wirklich mal gucken ernsthaft nach den was war das es funktioniert ja gerade gar nichts bei mir bei mir auch nicht ich bin tot hallo ich bin tot ja komm mit den besten familien vor vor allem bei dir ey gehst du mich gleich nein ich will nicht kritisieren wo ist das versteck oh das war ich ja natürlich was ähm hätte man nicht woanders runtergehen sollen nein da war ja schon einer ja aber dann hätte man wund bekommen können da oben den haben wir wo ist der eine versteckt wieso bist du jetzt gestorben wieso bist du jetzt gestorben möchte ich auch mal wissen da war doch überhaupt gar nicht ja da ist der keul hat er schon länger oh man da war der wenigstens kann was mache ich denn ja möchte ich ja mal wissen was du magst oh man wo ist der versteckte das fuckt mich jetzt schon ein bisschen ab weil hier sind wir wieder bei dem ding na komm 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 wo ist überhaupt das erste geheimlager gewesen äh das weißt du doch eigentlich nein doch da sind wir dran vorbeigelaufen dann haben wir doch vorhin versucht nein sag mal was machst du ich war gar nicht ich bin total unschuldig fuck 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 ja es ist in Ordnung hier sehn sie Menschen die nicht mehr ganz bei Trost sind beim spielen und die ihr leben lassen, wegen Komparsen ich weiß nicht wovon du redest ich weiß es aber und das reicht ist mir egal Toll. Tja, dein Problem, mir egal. Dein Problem. Na komm, wir runter. Was ist das? Warum waren wir aneinander gehangen? Das verstehe ich auch manchmal nicht. Du hast mich ja lieb und kann ich doch nichts dafür. Ich kann das verstehen. Totale falsche Darstellung der Tatsachen. Falsche Darstellung? Welche falsche Darstellung? Was macht ihr denn für ein Geräusch? Ich bin ein Schwein. Bitte, mach es. Okay. Da ist der eine. Kann das sein? Warte. Shark, ja, jetzt hast du da. Ne, da ist der andere. Ach, ich bin eh. Kannst du befreien. Nein, du bist jetzt nicht so zufrieden. Oh, Mann. Wir müssen doch gleich aufpassen, müsste der kommen. Ja, hier oder nicht? Ne, danach halt. Kommt der. Ich bin da. Ja, jetzt haben wir ihn auf jeden Fall. Komm her, komm her, komm her. Ich bin da. Ja, los, mach. Drehe deine Touren. Alter, ich bin hier total geflasht. Nur flashing, man. Okay, jetzt kommen wir zu dem Spacko, aber ist ja nichts Neues. Ey, go Leighton! Wir überspringen das mal. Der hat es mir noch nicht geschafft, sagt. Warum verzieh dich, ey? Nein! Hau drauf! So. Würdest du mal... Ja, jetzt. Yeah! Du Roxy-Bude, Mann! Ich hab die Münze übersehen, ich verstehe schon. Ja, hier fehlt uns aber immer noch eine. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Dieser Spacko, dieser elendige. Und, äh, ja. Mal gucken. Wir haben jetzt hier natürlich auch nicht viele Blumes. Ist ja mal wieder eine Selbstverständlichkeit bei uns. Voll. Bam! Okay. Ähm, ja. Wenigstens einen Winzling haben wir noch hier geholt. Im nächsten Part müssen wir uns dann hier nochmal dem Feuerodem widmen. Den Castrock haben wir ja mit Bravour gemeistert. Ja? Ja, Bravour. Das kann man so näher machen. Also fehlt uns jetzt hier nur noch der eine Winzling und halt von Feuerodem zwei. Die müssen wir halt jetzt im nächsten Part nochmal gucken. Bis dahin macht's gut. Viel Spaß noch. Habt einen schönen Tag. Ja, ihr habt einen schönen Tag. Nicht so wie im nächsten. Tschüss.